Musik Also wir fahren heute vier Stunden. Conny, die ist eine typische Studiofahrerin, die also ein richtiges Studioflair hier auf die Halle bringt. Ich mache es gleich ein bisschen anders. Das ist so mehr Outdoor goes Indoor. Das ist etwas für den Radsportler. Gleich gibt es das Six-Day-Special. Six-Day-Special heißt, wir bewegen uns virtuell auf der Bahn. Ich nehme die Leute mit, bringen sie sozusagen in Stimmung für die erste Jagd auf der Six-Day-Bahn. Danach gibt es noch einen Mitternachts-Sprint, ein kleines Verfolgungs-Rennen. Man fährt nicht hinterher, sondern man steht ja still und kann den Widerstand so einstellen, wie man ihn gerne haben möchte. Es ist sehr individuell auf die einzelnen Bedürfnisse abzustimmen. Man kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit machen und es ist witterungsunabhängig. Und wenn ich die Musik dann dazu nehme, dann hat das natürlich auch noch etwas Besonderes, was die Massen mitnimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.